Das ist, äh, sehr hochwertiger Kommentar heute. Ja. Tage? Es gibt Tage. Hey, hallo. Hallo. Stop it, Stinkbett. Stop it. Du bist so ein Stinkbett. Wie redet ihr mit dir, Fritte? Ich schlafe sie mal durch mich. Mit meinem Garzen. Mit meinem Garzen. Weil es ist nämlich ein dummes Garzen. Hm, so ist das. Hm. Hm. Tut mir leid. I need water. Water? Aber du hast ja zum Beispiel Eimer, wo du die Water holen kannst. Ich hab dir einen Eimer gegeben. Ja, 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 ja. Den mir ist ich auch gerade heftig. Was? Sehr ausgiebig, möchte ich behaupten. Oha. Doha? Dora? Das ist ein Cutter. Was? Cutter? Hm? So eine Stadt. Hm? Ich bin sehr verwirrt. Oh, warum? Na, weil ich halt sehr verwirrt bin. Ach so, du meinst prinzipiell. Ja. Ach so. So gibt's hier irgendwo Schafe. Ja. Ja. Kann ich von irgendjemandem eine Schere bekommen? Äh, ja. Ich hab bestimmt noch irgendwo eine. Oh, Fritte ist voll der Edward mit den Scheren hin. So ungefähr, ja. Nur nicht so behaart. Hm. Hä? Hä? So. Du kannst natürlich auch einfach... Aber, ja. Ja? Du kannst natürlich auch einfach zwei Eisen klauen und dir selbst eine Kraften. Christoph Kraften. Das ist natürlich auch sehr erlaubt. Warum bin ich eigentlich die Einzige, die sich verewigt hat an der Wand? Du bist nicht die Einzige. Aber das ist nicht... Meine Freundin hat sich auch verewigt. Ist das mit dem Klebrig? Ja. Oh. Oh. Deckflorix und ich haben uns auch verewigt. Ja, aber woanders. Ihr habt die neue Wand noch nicht gesehen. Ich hab jetzt so eine Besucherwand eingerichtet gestern. Da kannst du dann auch gerne ein Schild anbringen. Ihr seid voll nicht up to date, okay. Hm. Ist aber auch schwierig hier. Also, irgendwie finde ich deine Eisendruhe nicht. Ähm, die ist, wenn du ins Lager gehst, oben. Also oben. Jetzt hat der schon so eine Ordnung. Also oben, neben dieser Doppeltür. Ah, ja. Ich habe ihr gefunden. Das war's. Was macht man denn mit Eisenknumpen? Äh, Laternen zum Beispiel. Mhm. Ja. Oh. Ah, Raven, lass es doch einfach sein. Ja? Ah, meine Katzen prügeln sich gerade. Hm. Hm. Das ist nicht so schön. Ich stelle mir gerade vor, wie sich Katzen wirklich prügeln. Also wortwörtlich genommen. Ich habe das schon mal gesehen, wie sich Katzen richtig prügeln. Echt? Aber die können ja keine Fäuste machen. Hast du eine Ahnung. Ja, die können das schon. Und die können auch Hauptzuhauen, wenn die wollen. Da habe ich plötzlich nur noch Fell in der Luft fliegen gesehen. Da habe ich die Katze schon gar nicht mehr gesehen. So hat das gefetzt. Krass. Ich habe mal so Videos von Katzenkämpfen gesehen. Ich weiß auch nicht, warum. Die wurden mir irgendwie vorgeschlagen auf YouTube. Ach so, und du bist wohl ein Katzenkampferfechter, oder? Nee, verfechter jetzt nicht. Natürlich. Hä, wo habe ich denn eigentlich... Da habe ich keinen Braustand, sag mal. Ich habe doch irgendeinen Braustand, oder? Ich kenne mich nicht... Da brauchst du, glaube ich, Holz für und Stöcke und ein Stück Kohle. Ich glaube, die Holzblöcke musst du unten reinmachen. Und die Kohle in die Mitte und die Stöcke wie ein Dreieck drüber. Moment, das probiere ich auch gleich mit aus. Ich glaube, das war so. Boah, habe ich denn... Habe ich denn... Hä? Ach, ich weiß. Moment, ich habe gar keine Kohle mitgefahren. Ich habe mich gerade wirklich verlaufen in meinem eigenen Bude. Ey, das ist schon traurig. So fängt es an. So und so und so. Nein, du hast gelügt. Ja, dann halt irgendwie anders. Vielleicht ein Plätzchen-Säckchen? Nein, das auch nicht. Jetzt will ich ein Lagerfeuer und kein Langerhund bauen. Ist ja egal jetzt. Nein. Ich will auch Lagerfeuer. Ich will auch ein Lagerfeuer. Ich will auch ein Lagerfeuer. Dass er uns einfach so angemügt hat. Mit der Sack. Echt? Brauche ich Holzbretter oder Stämme? Ich meine Stämme. Stämme. Okay, ich habe es mit Brettern drückt. Ja, dann muss man auch mal das machen, was ich sage, ne? Ja. Ja, kaum macht man es richtig, schon geht es auch. Ich habe es jetzt gerade mal ausprobiert. Ich habe nicht gelogen. Ach so. Gut, ich nehme alles zurück. Was? Kohle in die Mitte. Kohle in die Mitte und die Stöcke wie ein Dreieck oben drüber. Und die Stämme unten. Genau. Oh, das ist geil. Das sollte man eigentlich immer benutzen, um sich Essen zu kochen, ne? Also zu kochen. Ja, das ist praktisch, vor allem wenn es einfach so gut blockt. Aber wenn es im Oben liegen bleibt, bleibt es halt im Oben liegen und kann nicht diesmal. Ja, aber man braucht keinen Brennstoff für ein Lagerfeuer. Das ist das Gute. Aber du kannst immer nur vier Stück brutzeln. Ja, das stimmt. Das ist der Nachteil. Und du musst neben dran stehen. Kann man da vielleicht auch einen Trichter drunter machen? Ne, bestimmt nicht. Ja, vielleicht, weil die ja nicht nach oben fallen. Also die fallen ja nach oben weg und nicht nach oben weg. Weißt du die? Dann geht es wahrscheinlich nicht. Ha. Cobblestone. Ich habe so viel Cobblestone, ey. Ich bräuchte mir wieder Diamanten. Wie kriege ich denn Diamanten, Konrad? Buddeln. Diese Antwort finde ich unbefriedigend. Das tut mir leid. Ich kann doch einfach eine Base raiden. Kann man auch machen. Ja. Dann, ich will doch nur ein Bild aufhängen. Eieiei. Erkältet ein bisschen. Ach quatsch, du doch nicht. Ja. Oh, das ist schön, ja. Das ist fettend. So, vielleicht sollte ich erst mal eine Inneneinrichtung besitzen. Bevor ich überhaupt anfange mit dekorieren. Aber ich bin darin so gut. Also denke ich, für mich bin ich gut. Äh, okay. So, leere Glasflaschen. Leere Glasflaschen. Leere Glasflaschen. Für meinen Braustand. Braustand am Mittag. Aber es ist nachts. Shit. Wie es halt so läuft, ne? Wie lange wollen wir eigentlich aufnehmen? Ich hab keine Ahnung. Das klingt cool. Ja, ne? Ja. Ja. Das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Konrad, wie lange machst du denn heute überhaupt? Höchstens bis um elf. Muss man fünf wieder da aufstehen. Oh Gott, oh Gott. Ja, dann machen wir die, machen wir die Base-Tour am besten irgendwann an der S. Wenn wir gewartet wurden. Scheiße. Ja, dann komm ich jetzt rüber und dann mach ich mit dir die Base-Tour. Wenn du willst. Okay. Ja, dann muss ich ja auch mitkommen. Echt? Na, ich will ja Dinge sehen. Achso. Ja, dann komm ich. Ich will Dinge sehen. Ja, ich seh gerne Dinge. Was will der einen dem anderen verkaufen? Äh, keine Ahnung. Gut. Guten Tag. Warte auf mich. Ja. Warte, ich kann ja eigentlich bei dir mit drauf sprechen. Ja. Kannst du machen. Sitze. Okay. Dann kommen wir jetzt rüber, Konrad. Okay. Yeah. Yeah. Dann wird es ja hier noch interessant. Vielleicht ein bisschen. Wo soll ich denn am besten die Base-Tour beginnen? Ich weiß nicht. Weil, also wir sind jetzt unten an dem großen Wasser. Soll ich erst mal in deine Höhle rein? Hm. Hm? Ja, mach doch, wenn du Bock hast. Ach, Leute. Äh, wieso Leute? Ich hab gar nichts gemacht. Ich bin äußerst kooperativ. Kooperativ. Ich spinne doch. Der will ihm ein Haus im Dorf verkaufen. Wer? Ach, irgendwelche Leute hier im Chat. Okay. Okay, ähm. Äh. Ach. Hm. So, ich guck mich jetzt einfach mal um, ne? Hast du den Braustand eigentlich jemals benutzt, Konrad? Nee. Vielleicht ist das einfach dein Braustand, den du geklaut hast. Ja, ich hab den da mal hingestellt. Nee, den hab ich geschenkt bekommen. Ja. Hm. Den hab ich, glaub ich, mit dem Schild hier angebracht, du. Hm. Ach, das Lagerfeuer müsste man da noch anzünden, ne? Nee. Brennt das von alleine? Ja. Ach, Tatsache. Das müsste von alleine brennen. Ich bin sehr gespannt, ob dein Plan mit der Erde funktioniert, aber ich glaub, du hast den schon abgebrochen, ne? Welcher Plan mit der Erde? Oh, ein Creeper, ein Creeper, schnell. Äh, dass da alles grün wird. Das wird grün. Wo steckst du denn, Friddy? Ja, das werde ich jetzt... Ich kaff dir den Standort an, alles. Okay. Ähm, gut, also jetzt, das hier ist, äh, ist das deine alte Basis? Ja, ne? Du bist jetzt haupt, äh, wohnhaft in dem großen Ding, oder? Hab ich das richtig mitbekommen? In meinem Turm. Okay. Aber ich guck mir das alte Ding hier trotzdem mal an. Ja, guck dir das alte Ding ruhig an. Okay, hier sind Bäume. Okay, okay. Mhm. Oh, Magma-Blöcke. Wofür braucht man einen Magma-Block? Ähm. Das muss der Conrad wissen, ja. Tja, ein... Hab ich einen Magma-Block? Ja. Du hast drei Magma-Blöcke. Hm. Wusste ich gar nicht. Das hier ist sehr cool, irgendwie. Ja. Das ist dein ehemaliges Schlafzimmer. Aber man könnte niemals Bilder aufhängen. Bilder. Schwierig. Bilder. Und die Kuh. Wenn, was, wenn die... No. Kuh, bitte geh raus. Dann gibt's Stay. Das ist sehr gefährlich. Don't, bitte, bitte. Ich will dich nicht sterben sehen. Mh. Mh. Wo bist du jetzt schon wieder hingerannt? Ach, da. Hast du das jetzt beobachtetes Spektak? Ja. Au. Au. Ey. Was schreibt die? Ich biete Naturalien. Mhm. Das war bei Steam-Ad. Hat die mich denn schon? Naja, weil die das die ganze Zeit in dem Chat schreiben. Naturalien, sag mal. Ich hab auch einen Steam-Account. So, wie komm ich denn jetzt? Hm. Hier ist... Mit mir. Hier ist Ding. Hier sind Kühe. Aha, interessant. Weißt du was? Ich lass die mal gerade was fressen. Wenn ich schon da bin. Die Fäa holt doch ständig rum, dass du mal mit der Kuhfarm ein bisschen... Hier, ne? Die weiß ja auch nicht, wo meine wirkliche Kuhfarm ist. Die rennt ja immer zu falsch. Okay, es gibt mehrere. Ja. Gut. Ich hab eine Fake-Farm und eine echte Farm. Lauf ich hier eigentlich gerade richtig? Ich weiß es nämlich nicht. Ich auch nicht. Wie komm ich denn am besten von der alten zur neuen Basis? Hochlaufen. Aber da hinten ist doch auch irgendwas. Wie hochlaufen? Nach oben. Nach oben. Oder wieder zur Insel raus, oder was? Hm. Ach so. Warte, halten Sie die Linie. Ich bin so langsam. Halten Sie die Linie. Oh Gott. Na was denn? Im Englischen sagt man doch auch heute leid. Ja. Ja, halten Sie die Linie. Oh, ich sehe deinen Namen, glaube ich. Ähm. Konrad. Ja? Ja. Oh, hier ist der Krieger noch. Wo bin ich denn? Hilfe, ihr könnt mich doch nicht einfach zurücklassen. Sollen wir Dems Moonbeam sagen, wo wir sind? Meinst du, sie ist vertrauenswürdig? Nein. Ne. Oder machen wir es davon abhängig, wie viel Naturalien sie bezahlt? Kommt drauf an, was für Naturalien in welcher Menge es trahlt. Nicht nur wie viel von irgendwas. Das frage ich mich auch, ja. Und ob sie Ingame meint. Was? Fritti, wo bist du denn? Ich bin und die Treppe hochgegangen. Ich weiß nicht welche. Die eine, wo mein Name ist. Ich sehe deinen Namen nicht. Guck mal nach oben. Ach, da oben. Ja. Wo ist das? Okay. Das ist einfach. Das Ding ist nur, ich bin Steam gleich online. Also. Alter, da kommt einfach ein Zombiekind mit einem Diamantschwert. Ein Queepa und noch ein Zombie. Ich habe so eine Spitzhacke. Eiche. So. So, und nach oben, oder? Ja. Also. Ah. So. Der Hullburg ist auch oft online, ne? Immer. Ist auch ein richtiger Zocker. Aber nichts ist passiert. Man, die Frau Ossen den voll. Der arme Dude. Hey, du bist... Hallo, Hilfe. Hallo. Hallo. Irgendwas passiert hier. Ah ja. Ja, stimmt. Cool. Hab ich auch noch nicht gesehen. Konrad und seine Eier. Ja, das stimmt. Was? 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 Hallo. Jetzt einmal um die Insel rum. Okay. Wir sind gespannt. Wir haben vorhin mal nachgezählt. Wir sind neuneinhalb Spieler jetzt schon hier. Neuneinhalb? Ja, jetzt wurde irgendjemand zum halben Menschen degradiert, was ich sehr frech finde. Nein, zum halben Mitspieler. Der war Pedro, weil der ist ja hier irgendwo in der Nähe, aber hat sich noch nicht wirklich gezeigt im Discord oder so. Der hat ja nur sein Haus dahin gebaut und das war's. Müssen wir da rückwärts runterlaufen? Ja. Okay. Ich weigere mich. Ich weigere mich. Ich gehe nicht da. Okay, das ist was anderes. Da ist meine echte Kuhfarm. Da ist ne Kuh. Achso, dann hab ich auch die falsche Kuhfarm gemästet. Oh, die sieht aber deutlich besser aus. Die darfst du der Faye aber nicht zeigen. Na ihr? Na? Hm, keiner ist so Kuhgeil. Kuhgeil? Kuhgeil. Hier hast du ja auch wieder ordentlich gebuddelt. Ja. Okay. Willst du uns mal ein bisschen rumführen? Ja. Cool. Hier Kühe. Kühe. Da Felder. Wow, das ist so innovativ. Hier, Lava und Lava. Kiste, 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 Kiste. Schienen. Aha, aha. Kiste, 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 Kilde, Ofen, 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 Ofen. Kiste, 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 Kiste. Aha, ja, soweit. Wand, 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 wand. Ja, ja, ja. Gang, 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 Gang. Gangnam Style. Toll, ich dachte, da wäre jetzt noch was. Nö, das ist noch ganz. Hast du doch nicht irgendwo ein Bett? Natürlich habe ich ein Bett. Wo ist das denn versteckt? Schlafzimmer. Wo ist denn das Schlafzimmer? Na, hier im Turm. Wow, wo ist der Turm? Ach, hier. Ach, ne. Boah, ist das episch. Wow. Da kann man gut schlafen. Ist immer warm. Das glaube ich dir. Und die Fische müssten auch irgendwo hier im Aquarium rumschwimmen. Aber die haben sich, glaube ich, nach unten verzogen gerade alle. Ach ja. Ach ja, hier ist einer. Cool. Sehr, sehr cool, lieber Herr Konrad. Hm. Wow. Ist ganz nett so. So viel Lade. Aber es regnet rein. Das ist ein bisschen... Kannst du ja oben theoretisch noch zumachen. Wenigstens mit Glas. Ich lass das... Ich hab im Klorex hier zwei so romantische Momente erlebt, als der Mond hier direkt oben vorbeigezogen ist, als wir hier waren. Na, du kannst ja aber trotzdem Glas zumachen. Sagst du das ja auch. Ach, ne. Ich glaub nicht. Ah, warum nicht? Das machen die Griefer dann eh nur kaputt. Toll. Da muss man ja erst mal hochkommen. Das schaffen die schon. Ist ja freundlicherweise draußen ein Lava-Aufzug dafür. Ja, schön. Das war's. Ja, mehr hab ich eigentlich gar nicht. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass das hier schon lange genug gedauert hat. Bisschen. Jetzt muss ich erst nochmal deine ganzen Kisten durchsuchen. Steine, Steine, Steine. Damit jeder auf YouTube weiß, wo er suchen muss. Also hier sind die Diamanten. Hier ist das Lava-Aufzug. Oh, hier sind Schatzkarten. Schatzkarten, die wahrscheinlich nix bringen, weil jeder hier schon die komplette Map gelootet hat. Ja, schick. Schick, schick, schick. Mehr gibt's noch nicht. Okay. Ich bin ja noch neu hier. Relativ. Wir sind sehr gespannt auf weiteres. Ja. Dann versuch ich jetzt mal hier irgendwie rauszukommen. Und dann, äh, was ist das mit der ersten Base hier? Also mit der zweiten Base sozusagen. Möchtest du dann auch schon den ersten Cut machen? Vorsicht. Ja. Den Cut im Sinne von erst mal gut sein lassen. Würde ich tatsächlich dann sagen, ja. Weil ich mich morgen aufruhe. Ja, alle müssen aufstehen. Wir sind alle so erwachsen geworden. Das ist so nervig. Das ist so traurig. Ja, ist so. Kein Bock mehr auflaufen. Hm. Das dauert irgendwie zu lang. Das ist nicht gut. Wo ist sie hingeflogen? Ich hab keine Ahnung. Ah. Ins Wasser. Oh, hier unten ist so ein Unterwassertrempel. Ist schon heiß. Warst du schon? Äh. Wo ist er denn hin? Scheiße. Ich sollte auftauchen. Ah, da. Ja. Hallo. Das war irgendwie nicht so geplant. Ich will Fische fangen. Was sagst du eigentlich die ganze Zeit? Das klingt irgendwie wie Yalla. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du Yalla sagst. Nein, ich sage Hello. Aber statt Hello heißt Yalla. Ach, du Yalla-Zeit. Da war eine verzauberte Angel drin, Konrad. Freddy. Wo? In der Kiste hier unten. Oh. Oh nein, und du hast es verpasst. Das ist traurig. Ja, ich denke auch. Verzaubert mit Köder 2. Willst du die haben? Oh, da sind so viele Fische. Ne? Ne? Okay, ich sehe schon, du brauchst keine Angel. Du hast deine Eimer-Taktik. Ja, ich habe Eimer-Taktik. Gut. Ich gehe lieber eimern. Das ist okay. Was denn? Du hast vorhin meinen Namen gesagt. Ja, weil wir jetzt zurück müssen. Oder sind wir schon zurück? Ne, nicht wirklich. Hier ist noch eine Kuh. Da ist eine Kuh. Der Kuh. Mou, 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 mou. Hello? Warum kann ich sie nicht attackieren? Das geht nicht. Da, 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 da. Oha. Danke für diesen Weg. Vor allem du bist gerade geläftet und wieder gejoint. Ja, das war Absicht. Aha. Das Boot war plötzlich unsichtbar. Wo bist du denn? Willst du mit meinem Boot zurück oder hast du ein Boot? Ja, nein, warten Sie auf mich. Ich habe mein Boot zurückgelassen, weil ich habe bei dir mitgefahren. Natürlich. Dann losgehen. So. Oh man, ich falle mal in die falsche Richtung. Wann wirst du es dir wohl merken? Niemals. Fürchte ich. Also von innen sieht der Ton schon popös aus, muss man sagen. Von außen auch. Ja. Aber von innen ist es halt nochmal was anderes. Ja, das stimmt. Man sieht die inneren Werte, die zählen. Das ist ganz lustig. Von der Ferne sieht man den Turm noch nicht. Der wird neulich gerendert. Aber die Lagerfeuerpartikel werden gerendert ganz oben. Ja, stimmt. Das sehe ich auch. Das ist total dumm. Jetzt ist beides weg. Ja, das stimmt. Da sieht man das wirklich, die Lagerfeuer. Ja. Das ist schön. Das wird irgendwie vor dem Turm an sich gerendert. Was man nur so zwei Rauchschwaden siehst. Rauchschwaden. So. Oh man, dieser Bootbuck, ey. Hilfe. Ah. Gut. Schön, schön. Ja. So. Ich muss nochmal kurz gucken hier, ob hier jetzt irgendwas gespawnt ist drin. Das ist ja nämlich nicht so. Gespawend. Gespawend. Aber es ist nichts gespawend. Deswegen ist alles gut und tut hier. Schön. F. So, dann stelle ich mir jetzt hier ein Bett hin. Lege ihn noch nicht, weil es ist nicht nachts. Aber ich habe jetzt ein Bett. So, dann esse ich mal noch was. Mhm. Mhm. Ja. 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 Ja, ne? Du weißt, anmoderiert, du darfst gerne beenden. Das ist ja... Das ist ja schön. Ja. Ja, also ich würde sagen, an der Stelle, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Basis vom Konrad gefallen. Und natürlich auch... Na, oder dem anderen. Wir haben ja mehr gesehen. Genau. Und natürlich auch die kleine Basis von Vapidro. Oder das Haus zumindest. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es seine Basis ist, weil da war ja nicht ein Item drin. Also von daher... Ja, ja. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Minecraft Multiplayer auf dem Anarki-Server Simply Vanilla. Und schau doch... Und vielleicht bin ich auch wieder da. Vielleicht bist du auch wieder da. Vielleicht ist auch Konrad wieder da. Man weiß es nicht. Und schau doch... Oder der andere. Weiß es nicht. Oder Clorex, ja. Ähm... Und vielleicht schließt sich dann Mrs. Moonbeam auch noch an. Das glaube ich nicht. Das können so viele Dinge passieren. Da mach doch mal ab. Mit Naturalien. Mit Naturalien. Mit Naturalien. Mh, reinkaufen. Ähm, ja. Ja, und schaut natürlich auch bei Lieblingshub Konrad auf dem Kanal vorbei, weil der hat auch mindestens ein Video gemacht zu diesem Server. Und schaut natürlich auch bei, äh... Wie heißt du nochmal? Foxy's 18. Äh, Kanar-Chan. Nein, Foxy natürlich. Aber, aber mein YouTube-Kanal ist ja Foxy, genau. Das ist richtig. Foxy, genau. Sisi. Äh, beziehungsweise wenn ihr natürlich auf dem Kanal von Foxy grad schon seid, dann ist dieser Hinweis natürlich Quatsch. Das stimmt. Dann guckt doch... Dann wenn ihr grad auf meinem Kanal seid, guckt doch mal bei dem lieben Fritti vorbei. Ja. Und der lädt auch ganz viele andere Videos hoch, die man sich gerne mal anschauen kann. Wenn er Bock... Wenn er Bock hat. Mit Radfahren. Mit Sport. Aber ohne Glatze. Hm. Ja. Okay. Hm. Okay, dann tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.